Also jetzt gibt es noch ein paar Übergriffe hier. Einer der sich hier, der Spaziergänger, der sich hier verabschiedet hat, der wird abgeführt. Wahnsinn. Also die Polizei will sich hier noch ein paar Bündchen verdienen. Also das ist eine Schande, eine Schande, was hier abgeht. Dort liegt ein Spaziergänger am Boden. Ein Wahnsinn, was hier abgeht. Also mit Polizei und Freund... Polizei, dein Freund und Helfer ist nicht, ist nicht. Wie hier mit Leuten umgegangen wird, das ist eine Schande. Eine Schande. So, also jetzt wird schon ein Auto als Sichtschutz dorthin gemacht. Also wenn man sowas macht, hat man etwas zu verbergen. So eine Schande. 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 Macht es nicht auf! Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Wir bleiben hier.